Musik Die Protagonistin Katja Kabanova heiratet in ein kleines Volga-Städtchen ein in Kalinov und nach einer unbeschwerten Kindheit, die sie scheinbar an einem sehr frommen und friedlichen Ort verbracht hat, findet sie sich in der Ehe mit Tichon wieder. Musik Also es ist eine unglückliche Ehe, eine kinderlose Ehe, wird dazu noch von Kabanova, der Schwiegermutter, tyrannisiert. Und Kabanova steht für die alten Werte, für Tradition in dieser im Umbruch befindenden Gesellschaft. Musik 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 Und die jüngere Generation, zu der auch Bavara, die Schwägerin Katjas und deren Liebhaber Kudryasch gehören, die begehrt dagegen auf, indem sie sich das Nachtstreffen zum Stelldichein, indem sie das Nachtparty machen. Musik Musik Und während Tichon auf Dienstreise ist, erlebt Katja ein erotisches Abenteuer mit Boris, einem zugezogenen aus Moskau. Musik Musik Diese Lusterfahrung, die bringt sie stark in den Konflikt mit ihrem, mit ihrer religiösen Erziehung, mit ihrem tiefen Glauben. Musik Doch während dem Stück muss sie feststellen, dass eigentlich alle in dieser Gemeinschaft, alle in diesem Dorf, heimlich ihren Begierden und ihren Trieben frönen. Musik Es darf nur nicht laut ausgesprochen werden. Musik Und das ist Katjas Vergehen. Aus ihrem Glauben heraus entschließt sie sich eben, das zu offenbaren vor aller Augen und wohlwissend, dass sie dafür bestraft werden wird von der Gesellschaft. Musik 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 Es ist eine feministische Perspektive, in der wir versuchen, die Unterdrückung der weiblichen Lust zu entpathologisieren. Gleichzeitig nehmen wir aber auch die männlichen Charaktere, vor allem den Tichon, der meistens als Trinker, also ausfallend und mit Mutterkomplex dargestellt wird, den nehmen wir sehr ernst. In unserer Figurenanlage ist er ein homosexueller Mann, der sich in dieser Gesellschaft in Kalinov eben auch total verbieten muss, um existieren zu können, der seine Liebe und sein Libido nicht frei erleben kann. Wir siedeln die Inszenierung ja in der Perestroika an und dieser Raum befindet sich im Umbau. Der Sowjetstern wird abgekratzt und durch Glasmalereien der göttlichen Familie ersetzt. Der Altarraum, der eigentlich Männern und den Priestern vorbehalten ist, schwillt während dem Stück immer weiter mit der Erregung Katjas, mit der steigenden Erregung Katjas, schwillt er an. Und am Ende ist es eigentlich diese große Vulva, die diesen patriarchalen Raum sprengt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020